Hallo zusammen, hier ist wieder euer Let's Go, diesmal nicht mit Nether, sondern mit Hearthstone, das ich auch schon lange spiele und da habe ich mir gedacht, ja ich nehme mein Video auf, weil es gibt ja leider nicht alle, die das spielen können, was natürlich so unglücklich ist. Und ich spare mir das jetzt auch, dass ich da jetzt auf jedes Detail von dem Spiel eingehe, Patch-Videos gibt es auch schon genug, deswegen spiele ich gleich mal rein, das sind jetzt meine aktuellen Tagesquests, die ich habe, ja Kartenbrot geändert, ich kann kurz noch auf meine Sammlung eingehen, quasi mit dem Helden, sage ich mal, mit dem ich jetzt spiele, das ist die Magierin oder Paladin kann ich, ein bisschen laggy gerade, genau, das ist mein Deck. Also ich achte mal darauf, dass es ausgewogen ist, ja ich sage mal, nicht nur ein Deck mit hohen Karten oder niedrigen Karten, sondern dass es halt sehr ausgewogen ist, die wichtigsten Sachen drin sind. Ich habe auch ein paar legendäre Karten, wie den Erzmagier, Windläufer, Ragnaros, Fürst, ja das war es eigentlich in dem Deck, immer schön viel AOE mitnehmen ist wichtig, Karten, die sich gegenseitig ergänzen, ja etc. pp, also ihr seht ja, was ich hier so drin habe, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet, was ihr verbessern würdet oder auch nicht, wie auch immer. Und dann springen wir doch gleich schon mal rein. Ich habe jetzt auch übrigens ein neues Headset, ich hoffe meine Sprachqualität ist jetzt deutlich besser. Ja und hier ist halt dieses neue Rangsystem, das wurde jetzt halt wieder komplett zurückgesetzt. Ich bin jetzt quasi ein Huhn, einmal habe ich schon gewonnen. Wollen wir natürlich jetzt nochmal schaffen. Genau. Ich sage mal auf den Rang mit meinem Deck, das dürfte eh nur Kanonenfutter sein. Also ich war Master 3 oder Meister 3. Ähm, bevor den, vor dem Patch, ich glaube so auf das Höchste, ich glaube Großmeister wie in Arena, das gab es gar nicht. Oder konnte man nicht erreichen, habe ich irgendwo mal gelesen. Könnt mich ja gerne berichtigen, wenn es so ist. Ja, wenn es so ist, meine ich. Ihr habt es so gebaut. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Wie kann man eigentlich berichtigen, die Karte. Und der hat in den Zug gekommen. Aber dann fliegt er noch raus. Hallo. Ja, ich renne da gerade noch was im Hintergrund und lad was runter. Deswegen ist das vielleicht teilweise ein bisschen lecky, aber jetzt geht es ja ganz gut. Grüßt mich wieder nicht, die Sau. Okay, kommt jetzt hier das hier. Was ihr wolle? Aber warum nicht, wenn er nichts anderes machen kann. Optimal, geht gut los. Ist nur ein bisschen eng auf dem Kopf, das Headset. Das musste ich noch an meine Kopfform anpassen. Klar haben wir auch wieder mit zwei Leben. Manchmal hat die Karte drei gehabt. So. Drei. Okay, da, la, 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 okay. Ich schüsse ich mal hier. 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 Ich halbe. Natürlich, die Kombo machen, aber das ist ja nicht. Einsatz bereit. Okay. Ok, ok, ok Ok, ok, ok 4, 5 Ach, scheiße Machen wir dir gleich beides weg mit unserem wunderschönen Bilzart Könnte er natürlich jetzt auch machen Gucken wir mal Ok, kann er nicht Pech für ihn, dass er kein Eisbumsdings hat Ja, 4... Die 2 bringt eigentlich nichts Läuft Die Tore sind geöffnet Ja, das haben wir gewonnen Aufstehen Oh, gespielt Juhuuu So, dann muss ich nochmal gewinnen Ich mach immer so Dreier-Videos glaub ich Das passt eigentlich ganz gut Oder ein Doppel-Video Mal immer Doppel-Video Ich mach immer so Dreier-Videos glaub ich Aber das überlege ich mir noch. Na also für die, die es nicht wissen, ich mache auch Nether. Das seht ihr dann eh, falls das ein von euch nicht passiert. Leider noch mit einem relativ schlechten Mikro meine Anfangsvideos. Ihr könnt euch mein Epic-Video empfehlen, da habe ich super viel reingemalt und animiert. Ich bin stolz drauf. Fast alles selber gemacht. Fast. Ein bisschen habe ich auch, ja nicht geklaut, aber ich habe mal so Vorlagen heruntergeladen. Hallo. Hallo. Ist natürlich jetzt nicht so super. Stammt. Das weiß ich gar nicht hier nicht. Drei, eins. Lege diesen Apfel auf euren Kopf! Ihr könnt nicht verbrechen. Sau! Jo, hauen wir die jetzt einmal voraus. Oder vielleicht ein bisschen traden oder so, mal gucken. Außer der schießt jetzt auf den Wasser natürlich schlecht. Ja, ich hab wieder super Kacken. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Meldet mich zum Siegen. Meldet mich zum Siegen. Dann müssen wir durchhalten. Das ist doch nicht schlecht. Hey, was war's? Allein Damage ist schon heftig. Ganz gut die Karte für ein Paar damit sein. Mit seiner Heldenfähigkeit. Was kommt jetzt? Dieser scheiß Hammer. Okay, das geht ja eigentlich noch alles. Was? So, mach den gleich raus. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Okay. Das Licht beschützt mich. Ich krieg's kotzen mit dem. Okay. Okay. Aber ich muss klingeln. Oh, scheiße. Das wär mal Dina nicht schlecht. Für den Kreuzzug! Für den Kreuzzug! Für den Kreuzzug! Nicht mit mir! Ja. Gibt's mir! Melde mich zum Dienst! Das war's! Was hab ich denn jetzt gelegt? Das wollte ich doch gar nicht machen. Was ist los? Oder doch. Eigentlich leidlich nicht. Aber doch schlecht. So, blizzard wärts. Bösig. Für den Kreuzzug! Bösig. Das ist ein Wunsch. Melde mich zum Weg! Nein! Was tut der liebe Sascha jetzt? Das sieht schlecht aus, sehr schlecht. Vier... Gebt mir eine Quest! Erreicht nicht. Den kann ich hier nicht wegslipen. Das war's! Einfach nur... Dreckskarten bekommen leider. So ist das halt bei dem Spiel. Da kann man nicht vergessen. Nicht mit mir! Ja, freut. Lacht das Herz. Ein Blizzard und... Alles wäre gut. So schnell kann's gehen. Ich glaube, jetzt falle ich wieder zu. Könnte keine Sterne verlieren. Na, okay. Da freue ich mich doch. Alles klar. Machen wir eine Double Session, würde ich sagen immer. Dann wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kommentieren. Und... Ja, ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen Dank, euer Let's Go. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.